Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Axolotl Deutschland und heute geht es um das Thema BD bei Axolotln. Ich wünsche euch viel Spaß in dem Video, schaut es am besten von Anfang bis Ende, let's go! Nochmal Dankeschön an ExoMed für die Kooperation bzw. für die Unterstützung in diesem Video und zwar gehe ich gleich genauer darauf ein, aber für alle die es noch nicht wissen oder kennen, ExoMed ist das Labor in Berlin, wo man auf jeden Fall die Axolotl-Proben hinschicken sollte. In ganz Deutschland würde ich empfehlen, die Proben dorthin zu schicken. Das ist nämlich deutschlandweit und auch deutschlandübergreifend weit hinaus das Labor, was am meisten und am, ja, würde ich schon sagen am professionellsten und am meisten Fachwissen verfügt über dieses Thema und deshalb würde ich jede Probe, die irgendwas mit Tier und Labor zu tun hat, dorthin schicken. Ihr könnt gerne eine Tupferprobe mit und ohne Medium einsenden. Ihr könnt ein Tier, was gestorben ist, zur Sektion einsenden. So könnt ihr zum Beispiel schauen, ob in eurer Gruppe von euren Tieren irgendwas befallen ist, dass ihr da auch noch auf die anderen Tiere drauf Acht geben müsst und ihr könnt auch zum Beispiel von anderen Tieren Code einsenden. Aber das Genauere steht jeweils auf dem Formular drauf. Das heißt, schaut auf der Internetseite von ExoMed, die ist auch in der Beschreibung verlinkt, einmal unter dem Formular nach, was ihr einmal untersuchen lassen möchtet. Ich würde halt standardmäßig einmal BD, mindestens einmal im Jahr testen, aber wir kommen gleich nochmal auf das Thema BD genauer zu sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr niemals BD bekommt, deshalb regulär und regelmäßig testen. ExoMed hat auch seit neuestem einen Instagram-Account. Dort schaut auf jeden Fall super gerne mal vorbei. Dort gibt es interessante Beiträge und auch coole Bilder, auch ein kleiner Blick hinter die Kulissen von einem Labor. Ihr könnt auch bei Fragen die Fragen gerne auf Instagram schreiben, beziehungsweise auf deren E-Mail-Adresse könnt ihr spezifische Fragen schreiben und auf Instagram gibt es manchmal eine Fragerunde, gab es schon ein Gewinnspiel und, und, und. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei und alles weitere dazu ist verlinkt und eingeblendet. Okay, fangen wir an. Dann in diesem Video hier habe ich einmal den Axolotl gewählt, weil der am zahmsten ist, beziehungsweise am wenigsten stresst, wenn man ihn rausholt. Ich habe jetzt hier diese Tupfer ohne Medium, das heißt, hier unten ist keine Gelflüssigkeit drin, wie wenn man im Fernsehen das im Tatort sieht, wenn jemand einen Speicheltest machen muss. So sieht das Ganze aus, dann tut es hier rein, beschriftet das mit eurem Namen. Dann noch einmal, was wirklich sehr wichtig ist, ist einmal, wenn ihr Raucher seid. Und am besten, beziehungsweise ist ein Muss, einmal die Hände gründlich mit Seife waschen, bevor ihr das Tier anfasst, da das Nikotin der Tierhaut und dem Tier schaden wird. Und das heißt auch, wenn ihr einfach nur dreckige Hände habt, woanders was angefasst habt, was eventuell BD-bedingt ist oder einfach nur die Hände dreckig sind, einfach einmal sauber mit Seife waschen. Und es gibt da gute Seife, schlechte Seife, kauft einfach pH-hautneutral, würde ich sagen. Am besten die Sagrotan-Seife, 30 Sekunden Hände waschen, gut abspülen und dann am besten nichts wieder anfassen, wenn sie die Hände desinfiziert. Und so könnt ihr einmal den Abstrich machen. Was auch noch einmal zu sagen ist, den Abstrich, den ich hier zeige, ist ja ein BD-Abstrich, ein Hydritpilz-Abstrich. Und das Ganze ist ein Tupfer ohne Medium. Das heißt, der Tupfer wird am Ende nicht in eine Gelpaste gesteckt. Anders bei einem Bakterienabstrich, da wo man auf Keime testet, da wird das Ganze so verschickt, dass ihr einmal dieses Röcheln habt mit Gelpaste, verschweißt sozusagen mit einem Teststäbchen, mit dem Teststäbchen für diese Bakterienprobe. Macht ihr einfach genauso gleich den Abstrich wie die Testprobe, beziehungsweise den Abstrich, den ich einmal im Video zeige. Und am Ende steckt ihr halt das Teststäbchen in die Röhre rein mit der Gelpaste und sendet es als Bakterienuntersuchung, als mikrobakteriologische Untersuchung. Und das war es auch eigentlich schon, was ich einmal kurz einfügen wollte. Und ansonsten geht es weiter. Wir fangen jetzt an und als erstes habe ich einmal hier mit einem Zerstäuber, das Ganze einmal feucht gemacht, dass das Tier das nicht zu klebrig, beziehungsweise einfach zu trocken hat. Ich habe hier eine kleine Wasserbox genommen mit einem kleinen Wasservollstand, nur dass er nicht zu viel rumspritzt hier. Man sieht es in den Adern und es ist ein bisschen gerötet, er ist ein bisschen gestresst. Es ist auch voll belichtet hier, damit man es dieses Video gut erkennt. Ich empfehle euch das halt nicht in einem komplett maximal hellen Raum zu machen. So, ganz kurz am Anfang würde ich einmal sagen, wenn das Tier zappelt und ihr wisst, okay, das wird jetzt nichts mehr, setzt es zurück, wartet ein paar Minuten ab und dann macht weiter. So, also ich habe das Ziel schon mal vorbereitet, die hier schon mal rausgeholt. Ich entscheide mich hier mal mit einer Hand das Tier zu nehmen, mit der anderen Hand den Abstrich zu machen. Ihr könnt auch eine zweite Person fragen, dass ihr das Tier haltet vorsichtig und die andere Person macht den Abstrich. Ich zeige euch jetzt, wo man das Ganze machen muss. Kannst du euch einmal zeigen? Zwischen den Zehen am Mund, hinter den Kiemen, ich kann es gleich einmal deutlich zeigen, am Rücken längs, am Schwanz ein bisschen so einmal längs, an den Seiten am Bauch, an den Achseln, an den Kniekehlen und ich würde auch einmal am Bauch längs gehen. Das alles einmal gründlich, gern auch drei, vier, fünf Mal längs, vorsichtig mit dem Topfer vorne. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und let's go. So, also, ich habe meine Hände schon desinfiziert und die sind auch wieder trocken, das heißt, die Hände sind nicht schmierig. Und wir fangen jetzt an. Ich bin ganz vorsichtig und schaue erstmal, dass das Tier sich nicht zu doll erschreckt. Das hat es bis eben noch voll dunkel gehabt und wenn es jetzt ein bisschen gerötet ist, dann ist das ganz normal. Hab da keine Angst. So, ich habe hier schon das Teststibchen. Ihr könnt es auch hinten anfassen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr es so weit da vorne anfasst. So, okay, jetzt muss ich auf zwei Sachen gleichzeitig achten. Bisschen komplizierter. Okay, also ihr nehmt das Tier, gern noch auf das feuchte Zeh war einmal und ihr macht am Mund, an den Lippen. Man kann es jetzt schwierig erkennen. Ihr könnt das auch gern einmal dabei drehen, das Stäbchen. So, jetzt setze ich ihn erstmal wieder zurück. So, jetzt machen wir noch einmal einen Abstrich am Mund. Ich synchronisiere das einmal nach. Ich drehe das Stäbchen immer dabei, sodass ich so viel wie möglich bekomme. Einmal am Rücken, an der Flosse, einmal einen Abstrich machen, dass es schön feucht ist, nicht zu trocken. An der Kloake ist es wichtig abzustreifen. Dann habe ich es jetzt noch einmal wieder rausgeholt, nochmal neu. Hinter den Kiemen ist es auch sehr wichtig. Sehen wir gleich noch einmal. Also wirklich hier am Mund, da sitzen die meisten Bakterien, beziehungsweise die meisten Pilzsporen. Zwischen den Fingern ist es sehr wichtig, hinter den Arm und Bein auch. Ich setze ihn nochmal wieder rein, dass er sich ein bisschen beruhigen kann. So, jetzt nächster Step. Hinter den Kiemen auch nochmal sehr längs. Und dann sollte der Abstrich eigentlich, sofern ihr jetzt nicht allzu schwach aufgedrückt habt, sollte er schon fast fertig sein. Ihr seht es nochmal hinten am Bein. Und er schnappt schon nach Luft. Ich setze ihn auch gleich schon direkt wieder zurück. Es ist kein Problem, das mit dem Tier zu machen. Es zappelt zwar, aber es stirbt davon nicht. Einfach nicht zu doll drücken. Das ist das Wichtigste. Jetzt schickt ihr das Ganze einmal an ExoMed. Das ist nämlich das Labor in Berlin. Ich kann euch das Ganze einmal nochmal gerne zeigen. ExoMed ist nämlich unter dieser Adresse hier unten, ihr seht es eingeblendet, ist ExoMed auf jeden Fall zu finden. Ich kann euch ganz kurz einmal auch das gerne zeigen in Google. ExoMed, hier seht ihr jetzt nochmal ganz genau, wo es hin muss. Schön, Hauser Straße 62 in Berlin. Alles nochmal ganz genau steht drinnen. So, hier auf dieser Website entnehmt ihr hier einmal gerne die Instagram-Seite, ein paar Kontaktinformationen, wie zum Beispiel Telefon, Fax und E-Mail. Und ihr holt unter Einsendeformulare als Privatpersonen hier euch das Einsendeformular. Ich habe das Ganze hier schon einmal heruntergeladen. Und ihr gebt jetzt einmal Name, Vorname, also eure kompletten Adressdaten an, das Datum, dann Rechnung an Tierbesitzerhalter. Das ist ja natürlich klar. Dann E-Mail bevorzugt. Das heißt, dass ihr eine E-Mail bekommt. Das ist dann auf jeden Fall schneller. Tierart könnt ihr einfach Axolotl schreiben. Geschlecht ist nicht wichtig bei einer BD-Untersuchung. Alter könnt ihr dazu schreiben. Ansonsten Tupferprobe ankreuzen und dann ohne Medium dazu schreiben. Könnt ihr machen. Solltet ihr machen. Sind weitere Tiere erkrankt? Beziehungsweise das gilt halt, wenn man ein Tier zum Beispiel einschickt, das gestorben ist. Das ist beispielsweise ein Reptil aus einer Gruppe. Und man hat Angst, dass die anderen auch noch gefährdet sind. Könnt ihr gerne mit ankreuzen. Wenn weitere noch krank sind, müsst ihr aber nicht. Ansonsten hier einmal die Unterschrift, dass ihr das Ganze auch bezahlen werdet. Dann kriegt ihr nämlich Post und müsst das einmal dann überweisen. Na oben Reptilien. Hier sind jetzt Amphibien. Und hier haben wir für 55 Euro Bar-Troho-Hü-Trium-Dendrobatides-Nachweis. Und das könnt ihr hier einmal ohne Transportmedium, Hautabstrich. Das könnt ihr dann einmal ankreuzen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt. Ihr seht sie für Fische, Säugetiere, Insekten. Ihr könnt alles hier noch gerne einmal angeben. Wenn ihr noch weitere Anfragen habt oder einfach noch eine Frage, schreibt die gerne noch dazu. Ansonsten schreibt eine E-Mail an labor-at-exomet.de oder an info-at-exomet.de Je nachdem, um was es sich denn handelt. Was ihr wahrscheinlich eher denkt. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das. Schickt das am besten per Paket oder per Maxibrief. Je nachdem, wie viele ihr einschickt. Ich schicke es am liebsten immer per Paket. Kommt am besten an zu Exomet ein. Und dann war es das auch eigentlich schon. Ihr kriegt dann, so schnell ihr könnt oder so schnell die es fertig haben, dann einmal die Testergebnisse in einer PDF-Datei per E-Mail. Und dann sieht das ungefähr so aus, dass da halt eure Nummer steht von der Untersuchung. Zum Beispiel habt ihr die von 01 bis 05 beschriftet. Und dann kriegt ihr dort einmal Bescheid, ob diese Proben negativ oder positiv getestet werden. Falls negativ, alles super. Falls positiv, setzt euch mit Exomet in Verbindung. Beziehungsweise geht zu einem Tierarzt eures Vertrauensmitteln im Befund und fragt, ob der sich damit auskennt. Wenn nicht, es gibt genug Fachärzte. Exomet hilft da bestimmt gerne weiter. Ansonsten, ja, kann sich der Tierarzt oder wird sich der Tierarzt bestimmt auch gerne mit Exomet in Verbindung setzen und dort einmal mit denen zusammensprechen, was jetzt die Behandlungsmethode wäre. Da ich selbst zu der Behandlungsmethode nichts sagen möchte und kann, da das mit Medikamenten zu tun hat, werde ich auf jeden Fall das zu eurem Tierarzt und eurem Labor Exomet hier einmal verweisen. Das heißt, meldet euch gerne bei denen. Die sind dafür zuständig und fachausgebildet. Und ich bin YouTuber und deswegen sind die da besser geeignet. Ich bin natürlich auch leidenschaftlicher Axolotlhalter. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. So, das heißt, schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. Hier sind auch natürlich, wir haben fast die 8000 Follower. Das ist auf jeden Fall super cool. Hier haben wir einige coole Bilder und Videos online. Das gleiche gilt natürlich auch für Exomet. Hier auch schon 1300 Follower. Die laufen auf jeden Fall auch. Hier sind mega viele interessante Posts dazu und auf jeden Fall mega interessant geschriebene Beiträge hier. Musst du einmal oben schauen. Ihr seht, wie lange der Beitrag ist. Also schaut auf jeden Fall da gerne mal vorbei. Exomet postet auch coole Sachen und ist informativ. Ansonsten sage ich Dankeschön Exomet nochmal für die coole Kooperation und für die Zusammenarbeit. Wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten kann, schreibt gerne einen Kommentar oder schreibt mich bei Instagram an. Ansonsten schreibt gerne Exomet per Mail an, wenn es eine spezifische Frage ist. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Verbesserungsvorschläge immer gerne. Ich kann das DMABD natürlich nicht komplett ausführen. Ich habe nur in diesem Video einmal zeigen wollen, wie man es testet und an wen man sich wendet. Deswegen Dankeschön nochmal fürs Anschauen. Schaut gerne meine anderen Axolotl-Videos an und bis zum nächsten Video.